Geht's jetzt ab nach St. Louis, oder? Oh yeah! Da müssen wir natürlich auch erstmal hinfahren, wir machen natürlich keine Blitzreise. Ich glaube wir haben jetzt hier alle... Oh nee, das... Ach nee, das ist ja gar kein Rennen. Hä? In der Klemme, hatten wir das gemacht? In der Klemme? Wie ist das? Nee, ich glaube das haben wir nicht gemacht. Ich glaube das ist ja gar nicht gemacht.